Servus meine Freunde, es ist wieder soweit. Wir gehen in die zweite Runde von Wir schießen nur Tore außerhalb des 16ers. In der ersten Runde war es schon ziemlich lustig gewesen und war auch gar nicht so einfach nur Tore außerhalb des 16ers zu schießen. Ihr könnt euch das ja mal hier oben in der Infokarte verlinken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Wir gehen rein, wir spielen auf jeden Fall mit einer besseren Mannschaft. Also wir können nicht einfach nur mit irgendeiner schwachen Mannschaft spielen. Wir spielen mit Paris und wie gesagt, die Regeln sind ganz klar, Erzählen nur Tore außerhalb des 16ers. Sollte das doch mal so passieren, dass wir innerhalb des 16ers ein Tor schießen, müssen wir ein Eigentor schießen. Falls der Gegner selber ein Eigentor schießt oder durch ein abprallertes Tor kommt, zählt das natürlich. So meine Freunde, und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt machen, gebt dem Video ein Like und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um auch alle anderen Videos von mir zu sehen. Denn nur so bekommt ihr wirklich jedes Video von mir mit, indem ihr die Glocke aktiviert, meine Freunde. So, Gegner haben wir erfunden. Wie gesagt, ich bin gespannt. Beim letzten Mal sind wir ja fast abgestiegen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht wieder so. Schauen wir mal. Wir lassen uns ja nicht überraschen, aber wenn es dann halt so ist, dass wir absteigen, dann ist es halt so. Wir haben gerade von so einem schönen Abprallertor nicht gesprochen, auf meiner Seite. Ja, dann macht der Gegner nicht. Da war er schon fast soweit gewesen. Schade. Ah, schade. Er rennt ja nur nach vorne und macht eigentlich ja nichts. Also, dass der Tor schon ziemlich doll Zufall war, ne? Gute Balleroberung. Was waren Sie draus? Oh, Aldamaquini, Junge. Oh, man kriegt den Schluck aus unserer Hello Kitty Tasse trinken hier und dann geht das schon. Oh, was für eine Granate, Junge. Da war es doch gewesen. Mbappé. Und hätte sogar gezählt, ey. Schauen Sie erst mal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Marco Ferrati. Vorne der Ballgewinn. Mbappé. So wird das hin bis zum Ende. auch leider im zweiten spiel spielen wir unentschieden leider ist ein punkt ist ein punkt wir haben nicht verloren wir bleiben weiter dran wir warten immer noch auf unseren ersten sieg nur tore außerhalb des 16 mann den hätte ja meine oma besser erhalten zum dritten spiel hier schon wohl eigentlich hätte oder würde ich habe ja vorher betont ich dachte nicht die fahrer ist zählt jetzt oder zählt nicht meine freunde kommen wir sind fair wir bleiben und wir bleiben fair wir lassen das diesmal nicht zählen ja hier komme ich schieße in der mitte hier immer bloß an die tippe immer ganz kurz an wenn ich jetzt weg springt dann schieße ich ein eintor genau alles gut na siehst du sehr schön sehr schön haben wir doch nicht wirklich oder erst mal politiziert zweimal gefällt im mittelfeld das gibt es ja ja nicht und dann kommt er noch da ich noch an so war schon geil war schon eins war innerhalb der war innerhalb wir sind ja fair regulär sind es noch sieben minuten er war um innerhalb oder keine ahnung war der war der innerhalb oder war der auf der linie noch ich wisse es nicht er war innerhalb meiner freunde der war innerhalb wir bleiben der dritte spiel war natürlich am interessantesten wir mussten drei eintore schießen weil wir jedes mal ganz knapp im 16 meter rum waren obwohl es schöne toren waren aber so ist es nun mal leute daran denken den kanal abonnieren gibt dem video ein like und aktiviert die glocke meine freunde damit er in zukunft keine videos mehr verpasst und auch die anderen videos von mir nicht mehr verpasst unbedingt die glocke aktivieren bis dahin machte gut kamu лив な 區 Und...